heyo leute und willkommen zu einem neuen video in der höhe mit dabei ist akamaru hallo hallo so wir spielen cod bo2 auf team deathmatch natürlich mit ihm mit der pdw so auf zufall natürlich ja kein bock auf carrier überhaupt nicht und ja ich ihr seht schon ich bin auf level 20 das ist nicht immer so gewesen sondern das ist nur so da ich mich zurücksetzen lassen hab dingsbums keine ahnung warum ich hatte grad bock und ja erzähl doch mal wer bist du überhaupt hallo ich bin akamaru akamaru pvp jetzt nicht ja was bringst du so auf den okago und bringt es auf den kanal okago ich bin akamaru pvp und auf meinem kanal bringe ich hauptsächlich minecraft pvp aber es wird sich nächste zeit ändern jetzt gerade nehme ich ja auch black ops 2 auf deswegen ja ja mal geil würde ich sagen so wo bist du hallo warte lutsch mir mal den schwanz ich hoffe ich kann mich ein bisschen konzentrieren lol what the fuck der der gibt mir one shot also ich bin nicht der beste ich bin auch ich bin weder eingespielt noch habe ich gerade einen heißen schwanz haha was da gut den haben wir nice weiter geht's oh komm 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 genau so hinter dir steht einer der typ war afk doch ich habe ich habe gerade einen getötet kennst du das schnauze schnauze was du ich hole eine drohne für uns raus ich hole eine drohne für uns raus haha 4 zu 1 war 1 zu 1 ja lebensziel erreicht du bist 1 zu 1 besser als ich höhe scheiße ist diese kackwaffe okay gut günstig boah was ein camper oh hallo ich bin der team da hat er mich fast bekommen dieser lutschcamper so hier erstmal einen wächter aufstellen so und so und oh der typ ja er kommt mit seiner besucher den haben wir auch so jetzt habe ich den schützt da ist noch einen jetzt stelle ich erstmal nein 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 der darf nicht kommen 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 geschützt aufgestellt den wächter den machen wir hier ist ja auch ein grill nein jetzt bin ich tot na gut egal trotzdem gut vielleicht kriegen wir dadurch ja eine zweite geschützt wer weiß oh nein die haben jetzt wirklich tatsächlich beides kaputt gemacht das kann doch nicht wahr sein oh 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 ho ho hunderter prezi gefickt habe ich den aber was was wie oh lol one shot kill wie viel haltet der denn aus bitteschön oh mein gott der hat jetzt richtig geschluckt ne wie seine muri und der ja das ist klar klar dass ich wieder mal sterbe ha 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 aha bumms doggy doggy voll easy für mich bumms doggy doggy bumms doggy doggy bumms doggy doggy scheiße man wie gehts du mir gehts gut oh was war denn da los oh ich hätte ihm grad turn des todes geben können sieht man ja auch ne ich geh ja grad auch auf positiv ich bin zum glück noch positiv und kippen na was sind das für spieler die schlucken ja wie ihre mütter oh ansage ansage kampfansage ne hallo das lauch gott feindliche vorräte oh ne ich will sogar ein rage kritten aaaaaaah ärgerlich ärgerlich der kill war so ärgerlich so ärgerlich na gut den haben wir dafür und dann war hier doch ja da war jemand habe ich ganz genau gesehen aber der hat uns leider gekillt von meiner 4 5er kds bin ich jetzt ähm natürlich abgestiegen voll es kann doch nicht wahr sein dass jeder no hand mich töten kann als ob ich so schlecht bin oh ne 3 tryhard ist hier drin nen tryhard haben wir hier als gegner ich raste nicht richtig aus diese typen kommen immer von hinten weißt du dieser scheiß tryhard jetzt wie die kommen von hinten da guck dich mal ein bisschen um also es ist sonst geht es noch oder nein ok endlich mal wieder ein kill oh double easy peasy für mich oh scheiße geh da nicht hin diggerschen doch Achtung was war das ja eben genau deswegen das war die tonne die da ist ja danke ich hab doch gesagt geht da nicht hin ja ich weiß er hieß was er ist wenn ich sage da gehst du nicht hin dann äh oh gehst du nicht hin ne oh volltreffer gnosco gnosco mit was für ner waffe sk ja was ist das für ein noob warum spielt man hier mit ner bazooka ja ist doch ganz klar warum oder ist doch voll geil wenn man mit ner bazooka spielt ey man ich hätte einmal in meinem Leben ein double kill weißt du dann bin ich zufrieden für mein ganzes Leben boah bist du negativ alter tschüss guck dir den last kill an das kann doch nicht wahr sein guck mal mach ich das ja nein das ist doch peinlich und ich war direkt hinter dir das kann doch nicht wahr sein wirklich 1812 naja ist immer noch besser als sonst aber ok besser als ich auf jeden fall ja gut ja und äh das war es auch schon mit dieser folge black ops du bist ein noob ich guck mal deine kd an also ganz schön nein deine präzision ja ok deine präzision ist eigentlich gar nicht mal so schlecht ähm ja gut ähm also das wärs mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen und ja bis zum nächsten mal Leute haut rein und du sagst das letzte wort ja ooooh